Hey Leute, was geht nicht mal? Willkommen zu einem Video mit... Ande! Was geht nicht mal? Ich warte, ich hab dich heute platt. Warte mal, nicht die ganze Base besteht nur aus Shade Lucky Blöcken, sondern die ganze Insel! Alles, die ganze Map besteht aus Shade Lucky Blöcken. Hä? Wie krass ist das? Nennt, bist du bereit? Ich bin bereit, einfach. Nix, wir wollen überhaupt Emeralds dann kaufen, ne? Äh, warte mal, ich glaub, das sind die Lack-100 Shade Lucky Blöcken. Ich glaub, das sind die gefährlichsten. Nennt, pass auf! Nix, erwarte mal, ich probier's mal aus. Und zwar hab ich das hier auch nicht gekauft. Alter, hast du Glück gehabt, aber eins, ich würd' wirklich auffassen mit denen, da kommen eigentlich normalerweise sehr schlechte Sachen raus, deswegen geh ich... Oh, ich hab Schuhe bekommen sogar, oha, das war nicht mal gewohnt, aber eins, passt wirklich sehr auf. Da können auch sehr gefährliche Sachen rauskommen, wie TNT, und da kann alles wegsprengen. Wer soll ich jetzt in der Mitte? Ich hab' ein bisschen Geburtes Zeug bekommen, guck mal, ich hab' Holz bekommen, das ist wichtig. Warte, zeig mal das Holz, das zeig mal, Nix, zeig mal. Ey, was brauchst du nicht rüber, Alfa? Nix, zeig mal. Ich hab' ein Spitzer-Games. Let's go! Wir haben die Einmerits, Leute. Und komm, lass noch ein Challenge machen, ich hab' den, wir dürfen noch nicht die Shade Lucky Blöcke abhauen, sondern erst, äh, irgendwann gleich. Hey, das wär' doch langweilig, Alfa, das ist doch grad das Nice heute, oder? Ja, bei Ernst, sonst kriegen gleich Shade-Bettino, äh, äh, kann man schon zu viel anrichten, ich glaub' das wär' gefährlich. Boah, stimmt, okay, okay, wir lassen uns noch kurz Zeit, Alfa, aber ich werd' dich trotzdem platt machen, das ist nur ne Schonfrist für dich. Genau, Mann, das ist klar. Aber was ist, wenn ich aus dem Schade aufgemacht hab, wie jetzt so ein Ort bekommen hab, mit dem ich dich unmöglich zerstören kann? Was willst du, oder was? Ich hab' auch aus Versehen einen aufgemacht, Ente, dann gucken wir, was meiner aus Versehen macht mit dir. Zeig doch mal, Alfa! Hey, ich hab' alle nicht getroffen, Ente! Ente! Lass es! Und was? Hey, du hast sogar Schuhe an, Alfa, gib mir deine Schuhe her, hä? Ente, du fliegst erstmal jetzt schön runter. Hey, mach' ich ja Lucky Blöcke auf! Hey! Himmel gesagt, ohne Lucky Blöcke! Du Schummler! Hey, Alfa, hab' ich jetzt alles abgebaut, oder was? Ja, hast du! Oh, Schade, Alfa, komm doch in die Mitte, komm doch und hol' mich! Okay. Okay, Ente, werden wir gleich machen. Nein, da muss ich gar nicht, du wirst selber schon geholt. Hehehehe! Du schießt ja dann noch, Alter, das gibt keinen Sinn! Was geht, Alfa, du Loser? Du bist nicht geflogen, Ente! Du musst flogen wie ein Atlas! Bin gut, Alfa, du kannst mich nicht besiegen, denk' dich! Natürlich kann ich das, Ente, ich werde dich gleich besiegen! Ich schipp' einfach rüber mit meiner Karte, Alfa! Hey! Du hast auch alle Blöcke abgebaut! Ich hab' gesagt, nicht ab, Alfa, Ente, du hast alle abgebaut! Ich hab' jetzt Diorus erstmal, Alfa, mit dem mach' ich dich platt! Gut, das wäre... Nein, ich schau' ich schon wieder benutzen, Ente! Wie gesagt, ohne! Oh, ich kann schon fliegen, Alfa! Ohne Shade! Ich sehe, meine Items werden getauscht! Aber ich kann dich trotzdem... Ei! Ente! Es geht doch gar nicht los, Ente! Ja, Alfa, meine Items werden die ganze Zeit getauscht wegen dir! Das nervt mich mal! Ich seh' das im Inventar! Sehr gut, Ente! Ja! Ja, dann muss ich, glaub' ich, kurz besiegen, dann geht das wieder! Marley, das kann doch nicht sein! Slash kill! Ja, sehr gut! Ich hab' die Items auf! Ich fahr' mir kurz ein paar Emeralds, Ente! Ich mach' kein Auge! Nur paar Emeralds mitnehmen! Du hast sogar eine Immortal-Chessplate, Alfa! Ich glaub' dann bin ich schon besiegbar! Hör'n, ich mach' jetzt den Schilder-Gemack auf! Lass' es! Mal weg jetzt! Alter, mach' jetzt auch Schilder-Gemack auf, wenn du... Nein, 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 nein! Okay, noch nicht, noch nicht, Ente! Noch nicht, Ente! Noch nicht, Ente! Wirklich? Äh, kannst du machen, kannst du machen, mein Freund! Denk dran, ich hab' dich genau im Blick, Alfa! Ich weiß alles, was du hier tust! Du bist mein bester Freund, Ente! Ich würd' dich niemals anlügen! Du würdest dich dauernd an, Alfa! Du bedrückst mich immer ein Bettwurst! Das hab' ich noch nie, Ente! Wirklich nicht! Sag' mir, wann hab' ich das letzte Mal getrollt, Ente! Keine Ahnung! Gestern, heute Morgen, immer... Du träumst immer, Ente! Du hast immer irgendwas zum Schilder! Ja, nicht! So, warte, ich hab' jetzt 30 Jahre, Ente! Alfa, du kannst nur gar nix machen! Ach so! Na, so ist das also! Na gut! Ich glaub' ich kann heute echt nix mehr gegen dich machen, Ente! Ich glaub' ich hab' verloren! Gib doch einfach auf, Alfa! Du kannst nur rausgehen, jederzeit! Und, das werden wir gleich sehen! Ja! Warte! Mach' ich gleich! Ich geb' gleich auf! Ich hab' Galaxy jetzt gekauft! Let's go! Mit Galaxy mach' ich dich auch platt! Ah, Galaxy klingt schön! Gute Idee, Ente! Oha! Mit Galaxy! Alfa! Galaxy ist richtig strong! Wirklich! Ja, es ist, Ente! Kann ich dir gleich zeigen, wie stark Galaxy ist! Und, zeig' ich dir kurz! Was?! Ich hab' nie Mord, die Chance! Das ist doch unmöglich! Und ich hab' die eben kurz kaputt gemacht! Und einen Bogen nehm' ich mit! Und dann bin ich wieder weg! Alfa, komm' wieder her, Bane! Nein, nein, sehr viel! Ei! War das? Nicht getroffen, Ente! Was? Ich hab' das daneben geworfen! Jetzt reicht's mir! Jetzt mach' ich gleich Schild auf! War das Galaxy-Gas oder was? Nein, ich hab' nicht getroffen! Oh, schade, Ente! Es ist wirklich sehr schade! Oha, Ante! Weißt du, wer auch Galaxy-Gas hat? Nicht du! Du hast auch noch mal Galaxy-Gas! Das ist unmöglich! Leute, es läuft zu gut, Ente! Eben warst du noch zu OP! Jetzt bin ich wieder stark! Der Bogen macht mir gar keinen Schaden, Ente! Nein! Ich krieg' Schaden, Ente! Was soll das?! So, den Bogen nehm' ich dir jetzt weg, Ente! Du bist so frech! Gibt einen Schaden, der Bogen! Hey! Das brauchst du sehen! Wirklich! Das sollte das, Ente! Ich hab' alles gesehen! Das brauch ich mal sehen, Ente! Ich sag' dir jetzt, Ente! Ich sag' dir jetzt noch ein letztes Mal! Wenn du Shader baust, dann würd' ich nicht angreifen! Wenn du Shader baust, Das war außer sehen, Ente! Guck, ich brauche mich grad noch zu meinem Villager-Pro! Das ist okay, Ente! Das ist okay! Du kannst mir mal vertrauen! Warum glaubst du mir denn nie?! Ente! Du bist auch hinterhältig! Du trrollst mich auch! Ich bin hinterhältig! Was mach' ich denn, Ente! Ich spiel' es so fair wie möglich! I'm right! Ich bin davon nicht ab, Ente! 21 einmal Blöcke! Was?! So möglich, du cheatest doch Nein Und Du kannst die Mitte für immer behalten Du kannst die Mitte für immer behalten, mein Kumpel Bitte, Alfa, gib mir was ab davon Warte kurz, ich will kurz den Lucky Block aufmachen Bestimmten So, Leute, das machen wir ganz schnell Let's go, Leute, niemals Wie können wir so Glück haben Unfassbar Und wie geht's, mein Kumpel Mir geht's gut, und dir? Bist du denn gerade? Bist du bei der Base, Alfa, und du? Du brauchst keine Schell-Lucky-Backup, oder? Nein, komm mal her, Alfa Ich soll herkommen, ich komm gerne, Ante Was sollst du denn von mir? Komm, kämpf gegen mich, Alfa Du willst gegen mich kämpfen, okay, dann lass kämpfen, Ante Gute Idee So fliegst du nicht Ist doch der Knockback-Stick Wieso fliegst du nicht weg? Ja, vielleicht mit meiner Rüstung Leute, ich dachte, ich kann ihn sofort besiegen, Ante Dann halt nicht, aber vielleicht hier mit, Leute Ich feste dich mal Mich getroffen, nein Nein Schade, Alfa, oh nein Oh Mann, schade Oh, äh, was ist das? Hey, auf der Schade auf Du hast meine Kompelstone farbe gut gemacht Hörte, ich muss den Haustilianen holen von dir Das müsst ihr mir büßen, Alfa Jetzt mach ich gleich Ähm, was denn? Nix, nix, nix Hörte Nix, nix, nix Du packst es weg Nix, 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 nix Hörte, es ist verboten, wir haben gesagt noch nicht aufmachen Die darf man nur kaufen Ich kauf die doch nur Ante, hier ist die Schade-Polizei Was ist die Schade-Polizei? Komm, lass mich doch abbauen Ich hörs jetzt alles mit und nix, packst du meine Energies Nein, das gehört nicht dir, das gehört mir alles Nein, Ante Oh, Ante Langsam Ganz langsam jetzt Oh, Leute, es eskaliert viel zu krass mit Schade-Lucky-Blöcken Ante, ganz langsam Hey Ganz langsam, Ante, okay Das gehört alles mir, Alfa Du fliegst jetzt hier erstmal weg von der Insel Warte mal Lass mich doch endlich Also gehen wir schön auf die YouTuber-Insel jetzt online, okay Nein, gib mir mal Schade zurück Nein, Ante, du fliegst jetzt schön So Flieg in die Richtung Sehr gut, Ante Lass mich jetzt Nein, Ante, ich will doch nur, dass du einmal fliegst Wie ein Adler Hör auf damit So Jetzt, Leute, sichern wir hier schnell die Lage Wir haben, glaube ich, geschafft Was war das, Ante? Gar nix, gar nix Danke, Alfa Wo ist dein Eitems? Oh, danke Was war das, Ante? Wie hast du mich besiegt? Mit dem Shade-Smerd, Alfa Wieso hast du das? Wieso hast du das überlebt? Was ist das auf dem Porto-Wir-De-Base? Das wurde ich richtig aufgepuzzelt Hörnze Hörnze Lass reden, Ante Wirklich Oh, Alfa, heute gibt es kein Reden mehr Hörnze Hörnze Ich habe es dabei gehabt Ich habe es gesehen Hörnze, bitte Wow, danke, Alfa Für das Galaxy S Und die 54 Shade-Blöcke Du bist der Beste Hörnze, ich weiß Weiß schon immer Du bist wirklich der Beste, Alfa, heute Danke dir Hörnze, kein Ding, Ante Kein Ding Ich bin gerne für dich, Ante Wirklich Ich hoffe, dich, Alfa Vor allem, wenn du Hey Und den neuen Ender Reicht doch jetzt mal Mein neuen Ender Ich hoffe, du bist noch für das Ding, Ante Wirklich, Ante Wirklich, Ante Ich habe gesagt Ohne Shade aufmachen Shade war schon offen Der lag der Shade schwer drauf Und es ist unfair, mit welchen Mitteln du spielst Ah, nein Ante Ja Ist alles gut bei dir, Kumpel? Bei mir ist alles gut bei dir Ja Ich wollte nur nachfragen, ob alles wirklich okay ist bei dir Bei mir ist wirklich alles okay Aber wieso sollte nicht alles okay sein? Nein, mein Schub Oh, der ist noch da Sehr gut Ante, wo bist du? Es gibt ein Thema Worüber wir reden müssen, Ante Wieso kriegst du Feuereffekte? Wieso kriegst du Feuereffekte, Alfa? Ante Was hast du schon gemacht? Über ein Thema, was wir sprechen müssen, Ante Du hast schon die Shade-Hose, Alfa Ja Ich darf schon nicht haben Gehen Ah Ich darf nicht immer so lange warten, Leute Das war gerade ein großer Fehler Danke, jetzt muss ich mir die Hose nicht mehr craften Sehr praktisch Das stimmt, Ante Das war sehr praktisch von mir Was habe ich dir was Schönes geschenkt, Ante Danke dir, Alfa Wirklich Du bist so nett heute Ante Warte, kannst du mal kurz mal rüberkommen Ich habe ein Problem irgendwie Glaub dir nicht, dass du ein Problem hast Dafür was solltest du ein Problem haben? Ah, nein, ich baue mein Bett ganz für dich frei Ante Komm, kannst du ganz kurz rüberkommen, Ante Du baust dein Bett extra nur für mich frei, oder was? Ja Warte, ich komme sofort, Alfa Ich muss nur ganz kurz das erledigen Dann komme ich Ich zeige dir sogar, wie ich das hier sogar abbauere Das geht so krass Du baust dein Bett frei, will ich selber ab, oder was? Ja, für dich, ich baue es frei Oha, was? Ja, aber ich gebe auf, du bist so stark heute Ich habe keine Chance mehr, Ante Jetzt gibst du einfach auf, Alfa Ich bin da, wo bist du? Guck mal, ich baue es für dich Einmal noch nicht ab, oder? Okay, guck mal, ich baue es erstmal für dich frei Ja, und jetzt? So, wie findest du das? Guck mal, ich gebe hier schon wirklich auf heute Also, es ist wirklich Hey Ja Wie hast du das gemacht gerade? Oh, nix Ich habe hier mehr Blöcke noch Let's go, Leute Wir können meine Basic komplett einbauen Du wirst nie wieder in mein Bett kommen, Ante Wie hast du das geschafft, Alfa? Ernsthaft jetzt? Ich bin ein guter Minecraft Nicht so wie du Ja Let's go, Leute Also, nach dem Video wirst du nie wieder mit mir im Bett kommen spielen Ich bin hier im Plateau, Alfa Du wirst trotzdem verlieren Nein, Ante, nein Mit was hast du mich gerade besiegt mit welchem Item? Mit der Zukunft Was für Zukunft? Keine Ahnung, Ante Hör mal weg Bleibs weg, Ante Ich nehme mir das Schade-Batterial, Alfa Alfa Ja, ich nehme deine Item, sieh da mit, Alfa Let's Ja Ich brauche meine Barrier-Blacke, bitte Deine Barrier-Blacke, kriegst du nicht, Alfa Damit baue ich jetzt meine Bett ein Ante Bitte Oh Oh, danke für die Barrier-Blacke, Alfa Ante Ante Ich brauche schon meine Base, Alfa Danke, die haben ein Bett, wo ich damit zu Ich nehme mir Ey Biss, Ante Lasst es Was denn, Alfa? Hä? Gar nix, Ante Lasst es Komm, Gott, auf mich zu werfen Die sind ja lächerlich und jäberlich Ante, lasst es Komm, wer hat das? Ey Mann, Leute Es ist so unfair, wie Ante spielt Du gehörst gebannt im Bett, Brust Ey, ich gehöre gebannt, Alfa Du bist ein Schummler Deine Barrier-Blacke, um mein Bett zuzubauen, Alfa Was, hast du denn Schummler, Blacke, Ante? Du bin nicht ein Schummler, Alfa Du hast Regeln gebrochen, Ante Das ist nicht fair Du hast Regeln gebrochen, was redest du denn? Hörst dich nicht Ey, was wirfst du auf meine Base hier? Komm, Ante Ich hoffe, alles zu zerstören, Alfa Mama, Leute, was hast du davon? Sag ich ehrlich Du warst so schlecht, Bist du, Alfa? Was hast du davon, Ante? Ah, danke Nein Ich hoffe, ich probiere es jetzt zu werfen Lauf Denkst du, was ich will singen, Ante Denkst du, schaffst du es wirklich? Mach dich heute platt, denk dich Nein, Ante Es ist vorbei Vorbei ist es Mit mir, glaube ich, gleich Ante, Bro Ich beendete heute mit dir gleich Jetzt mache ich meine schön lucky Blöcke auf Das hast du noch nicht Ich habe dich auch noch nicht aufgemacht Wieso machst du das? Weil es mir mit dir reicht, Alfa Ja, Ante, echt Ja Wir haben ihn besiegt Meine Einzelne ist gerade gelöst Was hast du getan, Alfa? Was hast du gemacht? Gar nichts Magie, Ante, das war Magie Was für Magie? Was laberst du? Wenn ein Esel und eine Mucku macht Weißt du noch, Ante Heutzutage sagen einfach die Kühe immer noch Au 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 Stehst du das? Das wird dir nicht helfen, Alfa Du musst trotzdem verlieren Ante Und weißt du, was ich von der Kuh gelernt habe? Sie hat mir gesagt, wie ich dich besiege Die Kuh hat mir klärt Wie man Ante fertig macht in Bad Boys Dann komm doch rüber Mach mich fertig auf Eins gegen eins Was werde ich jetzt tun, Ante? Wo sind meine Emeralds? Die waren ja alle weg wegen dir Du bist nur ein Verräter Du bist nur ein Verräter, Ante Ich weiß nicht, was ich Was bin ich? Du bist nur ein Verräter, Alfa Der kommt doch rüber Und besiegt mich auf Was du hier getan hast heute Ist nicht fair Du hast die Richtlinien überschritten, Ante Was habe ich gemacht, Alfa? Du hast die Regeln gebrochen Mit was denn? Mit Fortnite Sicher? Ich bin blau bei dir in deiner Base, Alfa Bleib weg Oh, hier nimmt ja viel Shade rum Hörte, ich hab schon Shade-Rüstungsteile Ich hab noch keine einzigen gesagt Ohne will ich die Blöcke abbauen Hä, ich weiß nicht, wie das passiert ist, Alfa Lass das Du Schummler Das ist gar nichts, Alfa Ich baue deine Shade-Lucky-Blöcke auf Hörte, ich hab auch keinen Shade-Goings Oha, danke für das Shade hier Dein Villager ist eingebaut in Blöcke Und an der Arm, hörst du jene? Barrier-Blöcke, lass mein Village anruhe Lass ihn in Ruhe Oh, warte mal Oh, oh Bist du gerade Hobbs gegangen und ich nicht, Alfa? So Weg, Alfa Ich soll weggehen Pack die Shade-Rüstung, weil ich bin gegangen Jetzt schauen, Alter, ich hab noch keine Geht doch gar nicht los Oh nein, Alter, ich verstehe mal, Ben Ich pack die Shade-Rüstung weg Aber gleich riecht mit dir vorbei Du kannst mir bitte nicht abholen, Alter Ich würde sagen, ab jetzt dürfen wir die Shade-Lucky-Blöcke aufmachen Okay, let's go Let's go, Alter, mach die ab jetzt auf Du darfst die ab jetzt aufmachen Aber ich hoffe natürlich, dass du keinen Shade bekommst Ich hoffe, dass ich Shade bekomme, Alfa Ich bin schon vorbereitet Wirklich? Oh, oh Du bist richtig vorbereitet Und? Du bist komisch heute Äh, wieso komisch? Bist du echt vorbereitet? Hast du alles gecraftet und so? Natürlich Wie? Worüber redest du? Redest du über das, über was ich rede? Bei deinem Untergang rede ich, Alfa So Gut, stimmt Das sieht ja schön aus hier Du brauchst mich fertig zu machen mit Shade-Rüstung Wann, Hänze Fock das weg Du kommst jetzt selber Das küss ich auf Weil ich selber Shade nicht umkomme Das heißt, irgendjemand geht wirklich drauf, Leute Ja, der ist draufgegangen So Unwirklich, unwirklich Ist es wirklich angebaut Hänze Ist es wirklich angebaut Ah, wie soll ich denn da drankommen, Hänze Hänze Das ist echt viel Shade Hä? Hä? Gib mir das zurück, bitte Das war sehr viel Shade, was du hier hattest, Hänze So, Shade hat es noch mal Ich bin das Shade zurück, Alfa Leute, wir müssen irgendwie Items kriegen, um sein Bett zu zerstören Das ist echt gut eingebaut So, Hänze Oh, nochmal Shade Nein Das nehme ich mit Bitte gib mir das Shade zurück, Alfa Leute, das muss ich mitnehmen Ich brauche noch mehr für mich Wie spät denn? Gib das Danke, gut zerstört, das ist sehr gut Nein, das Shade darf nicht zerstört werden Das machst du sehr gut, Hänze Das ist weg, Leider Ey, warte, 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 noch ein Drop Nein, ich muss das Shade zurück, Alfa Bitte, ich muss schon abbauen Hänze Warte, ich, 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 gar nicht Nein Ich würde dich abbauen, Hänze Ich glaube, ich habe einen Plan, den ich dich besiegen kann Hä? Wie? Mein Bett ist doch zugebaut Warte mal, Leute Test dich mal kurz an meinem Bett Weil, Hänze, kann mich eh nicht mehr besiegen So geht das, Hänze Mein Bett ist ab Ich war fair Was, dein Bett ist ab? Echt jetzt? Du kriegst die ganze Zeit Schade an sich gerade Warte, ich trotze, Blatt, Alfa So, unsig mal, Hänze Auf, unsig mal zu sein Lass es Blatt, ey So, Hänze Da ist dein Bett Was willst du jetzt noch versuchen, Hänze? Ich könnte es zerstören, wenn ich will Bitte zerstör mein Bett nicht, Alfa Bitte, ich habe dir gar nichts gemacht Hänze, geh ins Wasser, Hänze, geh ins Wasser Hänze, geh ins Wasser Wo ist Wasser? Schnell irgendwo Dein Bett ist ab Was, mein Bett ist ab Nein, wie, wie? Hänze, wo bist du gerade? Irgendwo, Alfa Guck mal, ich bin sogar zu fern Hat die Rüstung weggepackt, damit du überlebst Echt? Danke dir, Alfa Ich bin ein netter Freund Und du? Ich bin auch ein netter Freund, Alfa Du entscheidst nicht Ah, was kommt denn da? Wo hast du kommt, Alfa? Hey! Nein, wie war's? Wir konnten ihn aufhalten, Leute Wir haben es geschafft Nein, ich habe verloren Wie konnte das passieren? Leute, lasst ein Like, damit es mir gefallen hat Vergesst dich zu abonnieren Um keine weiteren Videos zu verpassen So, Leute, abonnieren auf jeden Fall Auf den Knopf drücken Beide auch vorbeischauen Lasst ein Like da Bis zum nächsten Mal Tschö! Tschö! Tschö!